Hallo, heute zeige ich euch unseren Keeper Basti. Hier, weil wir zwei Bordwände über einander oder doppelte Bordwände, wie manche das nennen, haben, haben wir an diesem Keeper auch eine Aufstiegsleiter gebaut, sodass man nicht direkt von der Deichsel, sondern über die Leiter einfach nach oben gehen kann. Da haben wir die Zentralverriegelung, also die Öffnung von der Bordwand, sodass die Bordwand als Pendelklappe oder als Pendelbordwand funktionieren kann. Basti hat immer die Reifen als 400er, also breite, starke Reifen. Der Konzschieber funktioniert ganz einfach. Zack, ich drehe mich um. Man kann einfach die gewünschte Menge beliebig anpassen. Von der Perspektive kann ich euch auch die Lampen, das sind normale standardisierte Lampen mit 7-Polyger-Stecker, der vorne angehängt ist.